Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du zukünftig alle notwendigen Insider-Informationen über die Finanzindustrie, über alle wirtschaftlichen Zusammenhänge, über neue Gesetze, was die Politik im Prinzip durchwinkt, um auf dein Vermögen zuzugreifen, um dein Lebenswerk entsprechend zu enteignen, wenn du die Informationen zukünftig schneller hast als alle anderen. Darüber hinaus Informationen bekommst über die Börse, über Edelmetalle, über strategische Metalle, über die entsprechenden Entwicklungen, über Krypto-Insights, das heißt, wo habe ich die Möglichkeit momentan vielleicht ein 10x zu machen, das bedeutet, du kaufst eine Kryptowährung und vermehrst dein Kapital in kurzer Zeit, um das Zehnfache, all diese Dinge sind möglich. Was ist das Entscheidende? Ich brauche schnellere Informationen als alle anderen. Und das spielt keine Rolle, ob im Kryptosektor, Immobilien, Special Deals, Private Equity, überall gibt es jeden Tag Chancen zu investieren, um sein Vermögen weiter auszubauen, zu vermehren und auf der anderen Seite zu sichern. Und genau aus dem Grund habe ich mich jetzt entschieden, den neuen Telegram-Kanal aufzusetzen, mit all diesen Informationen, die wirklich relevant sind. Das heißt, VIP Group, Finanz, Insider & News, powered by Tobias Redhaber. Der Anspruch war von meiner Seite einfach der, dass alle unsere Mandanten, momentan über 12.500 Mandanten in mehr als 30 Ländern, schnellere Informationen bekommen als überall, egal ob YouTube und es gibt genug Experten. Es gibt sehr viele Experten draußen, die ich sehr, sehr schätze, die ein sehr gutes Business machen, die einen riesigen Mehrwert liefern, teilweise noch viel mehr YouTube-Videos erstellen wie ich, weil ich da gar nicht so schnell hinterherkomme. Aber der Telegram-Kanal soll es mir zukünftig einfach machen, mit schnellen Insider-Informationen, mit guten Recherchen aus meinem Team, dir schnellstmöglich Informationen zu liefern, dass du sehr, sehr strategisch und clevere Entscheidungen treffen kannst. Weil, nochmal auf die Experten zurückzukommen. Auf der einen Seite gibt es Experten, die erklären, Edelmetalle ist extrem gut, sein Vermögen zu schützen, und das ist so, aber bieten auch nur Edelmetalle an. Dann wiederum andere gibt es, die verkaufen Analysen, Handelsstrategien und geben dir den Input, wo du wann kaufen sollst. Auch super Unternehmen, auch absolut Experten. Wiederum gibt es dann andere Immobilien-Experten, die sagen dir, wo du in Deutschland kaufen musst, in Nordzypern, in Dubai oder wo auch immer, auf der Welt es gute Möglichkeiten gibt, aber haben sich ausschließlich darauf spezialisiert. Und genau das ist ja das Thema. Wir verfolgen ja mit unserer Strategie seit mittlerweile 15 Jahren einen gesamtheitlichen Ansatz. Alle wichtigen Informationen, auch im dreiteiligen Videokurs, wo unten verlinkt ist, über das Thema finanzielle Bildung, Money Management. Wie gehe ich überhaupt mit Geld richtig um? Wie kann ich mein Einkommen hochskalieren? Damit verdient ja draußen, wenn er Tipps gibt, niemand Geld. Wir machen das alles for free. Im zweiten Schritt, alle notwendigen Informationen, dass du von dieser Finanzmafia, genau so sage ich das auch bewusst, nie wieder abgezockt wirst. Dass du zukünftig selbstverantwortlich auch viel besser recherchieren kannst. Auf was gilt es zu achten? Was sind die sieben Investitionsgrundregeln? Kann ich die abklopfen? Kommt das Investment überhaupt in Frage in mein Portfolio? Und im dritten Schritt dann natürlich, wie investieren die fünf reichsten Menschengruppen? Wie kann ich mein Vermögen in so Sachwerte investieren, dass mein Vermögen auf der einen Seite geschützt ist, inflationsgesichert, währungsreformsicher, steuerfreie Gewinne möglich sind, eine vernünftige, nachhaltige Rendite mit meinem Portfolio generiert werden, ich eine klare Transparenz habe und vor allem juristisch einwandfreie Eigentumsverhältnisse. Und dieser gesamtheitliche Ansatz, den wir so viele Jahre fahren und dann wie ein Trüffelschwein Produkte raussuchen in dieser Investitionsstrategie, der drei Speichenregeln, was die fünf reichsten Menschengruppen ja seit mehr als 1600 Jahren nutzen, Juden, Auslandschinesen, Auslandsarmenier, Mormonen und Scientologen und diese Informationen sind in der Zukunft Gold wert. Das heißt, wir werden im Telegram-Kanal Insights geben, beispielsweise, wenn Gold sehr, sehr stark steigt, wie kann ich hier Gewinne mitnehmen, in andere Rohstoffe wechseln, beispielsweise Platin, Palladium, die dann vielleicht unterbewertet sind. Das heißt, dass ihr viel, viel schneller Informationen von uns bekommt, um dann mit eurem Ansprechpartner, mit eurem Begleiter in die Umsetzung zu gehen oder selbstverantwortlich die Entscheidungen treffen könnt. Und das ist mein Anspruch, ursprünglich für die Mandanten, aber in erster Linie kann jeder herzlich gerne dem Telegram-Kanal beitreten, hat dann die Möglichkeit, direkt auch unten verlinkt, das E-Book von mir runterzuladen, den aktuellen Wohlstandsreport 2024, kann dann kostenfrei auf den dreiteiligen Videokurs zugreifen, wo in 90 Minuten alles komprimiert aus der Finanzindustrie, mit allen Zahlen, Daten, Fakten, Geldsystem, Inflationen, wie die Inflation berechnet wird, die Krisen der letzten 100 Jahre, alles von der Pike auf erklärt wird, meines Erachtens, und das sind auch die Feedbacks von den Mandanten aktuell, der beste, komprimierteste Videokurs im deutschsprachigen Raum, den man sich anschauen kann, um alle relevanten Themen, was im Finanzbereich wichtig sind, sprich Money Management, wie gehe ich mit Geld richtig um, wie budgetiere ich, wie investiere ich, verhaltensmusterreicher Menschen, ein Mindset aufzubauen wie reiche Menschen und vor allem, und das ist immer die Kirsche auf der Sahnetorte, das Thema Rechtsformen, Identitätswechsel, was bedeutet das konkret? Gerade für vermögende Menschen, wie kannst du dein Lebenswerk schützen? Wie kannst du dein Vermögen in eine Sicherheit bringen, in eine andere Rechtsform, in eine andere Identität, wie beispielsweise Genossenschaften, Familienstiftungen, dass niemand mehr, niemand mehr auf dein Vermögen zugreifen kann? Das heißt, der große Vorteil ist, ein EU-Vermögensregister braucht dich nicht mehr interessieren, ein Lastenausgleichsgesetz, eine Zwangshypothek, bist du der ganz große Gewinner. Keine Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer mehr und du kannst steuerfreie Gewinne vereinnahmen beziehungsweise hochgradig steueroptimiert, ganz sauber und legal. Und das ist ja das Wichtigste, vor allem, wenn man Vermögen aufgebaut hat. Weil der Staat wird alles dafür versuchen, auf dein hartes, verdientes Vermögen zuzugreifen. Und das gilt es massiv zu verhindern. Also, freu dich über den Telegram-Kanal, schau dir im Anschluss den Wohlstandsreport an, den dreiteiligen Videokurs, auch kommt gerne in die kostenfreie Facebook-Gruppe, die Cashflow-Coaching-Community. Hier sind insgesamt 164 Stunden Videomaterial for free drin, was ich im Jahre 2020 bis 2021 aufgenommen habe. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir das Unternehmen sind, als VIP-Group, mit mir als Founder, die den meisten kostenfreien Content liefern und mit dir über die nächsten Jahre einfach eine Reise antreten, dass du große Profite machst und dankbar bist, dass du bei uns Mandant bist. Das ist mein Anspruch. Ich freue mich und freue du dich auf die ersten News, die reinkommen. Und vor allem freue ich mich auf das Feedback von deiner Seite, wie dir dann dieses Format gefällt. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, dein Tobias Rethaber.